Ja Freunde, Servus, hier bin ich nochmal. Hier ist euer Mann der guten Laune. Richtig. So Freunde, noch was zum Hinweis auf die 150 Abonnenten und die 25.000 Aufrufe. Ich bin mal wieder unterwegs zum Einkaufen. So und ich verrate euch heute mal, ausnahmsweise mal verrate ich dir, wo ich hingehe. Nämlich zum Aldi Süd nach Kalf-Hürsau. Alter, falls mich irgendjemand erkennen solle, ein kleiner Tipp von mir. Da bin ich auch öfters. Einkaufen, Ansprechen, macht's mit. Dann gibt's vielleicht ein Gute-Laune-Boy-Fan-T-Shirt. Und mit diesen geilen, affengeilen Klängen vom Steffen Bär und seiner Gruppe, vier Mann selbst, aus Pforzheim, möchte ich mich nochmal verabschieden. Denn die Jungs sind klasse. Also wie gesagt, wenn ihr diese CD erwerben möchtet, schaut einfach mal rein. Oder schaut in Facebook vorbei bei Steffen Bär oder in YouTube bei meinen Kollegen in YouTube. Richtig unter vier Mann zählt und dann könnt ihr die CD durchaus erwerben. Also deswegen sage ich, lieber werben als sterben, das ist mein Motto. Und jetzt gehen wir endgültig einkaufen. Bis dahin, sagt Pipi, Servus, ich bin raus, denn jetzt reicht's mit dem Applaus. Bis dahin, ich hab euch lieb und ciao.